Ich frag mich, wo zwischen alt und jung die Grenze ist, wie stellt ihr euch das vor? Ein Zaun, ein Zollhaus, ein Polizist, eine rot-weiße Schranke, nein, mhm, das ist bloß ein Gedanke rein. Vom Gesetz her bist du erst ab 18 oder 21. Kommt drauf an, in welchem Land du bist. Hallo, ich bin Sophie von Studio Bauhaus und wir sind heute bei der Band The Awesome Sound System. Hallo. Hi. Wer seid ihr denn alle? Ich bin Carsten, Martin, Niklas, Alex, Johnny. Hallo. Ja, wir würden gerne wissen, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ach, ja, ich hab damals ein Musikvideo gesehen von Carsten, das war gleichzeitig die Bewerbung für Mediengestaltung an der Bauhaus-Uni und hab vorher immer schon mit der Band so ein bisschen geprobt, also mit den Musikern und den Instrumentalmusikern und hab mir dann irgendwann, als ich das gesehen hab, dachte ich mir irgendwie so, das muss man unbedingt mit Band machen und hatte das eigentlich schon immer mal vor, irgendwie in die Hip-Hop-Richtung zu gehen. Also ich als Schlagzeuger jetzt. Und ja, dann hab ich mit der Band gesprochen und dann haben wir das an einer Party im September letzten Jahr, im September 2008 gemacht und ja, es hat gleich funktioniert und dann haben wir uns entschlossen, weiterzumachen. Und jetzt seid ihr hier, wunderbar. Dann würde ich gleich zur wichtigsten Frage kommen, nämlich was denkt ihr denn, was ihr zur Gesellschaft in Weimar beitragt? Also ich denke, dass wir der Gesellschaft im Endeffekt gute Musik geben oder geben wollen. Es geht um Lebensfreude, es geht um Niveau auch, also dass man nicht unbedingt, wie viele andere im Hip-Hop es auch machen, da Niveau-Limbo veranstalten. Wir versuchen schon wirklich nachzudenken und den Leuten wirklich auch was mitzugeben, womit sie was anfangen können. Und ich glaube auch, dass wir alle von verschiedenen Musikrichtungen kommen und die versuchen auch irgendwie mit dem Hip-Hop, mit dieser Hip-Hop-Kultur irgendwie zu vereinen, dass es auch was ganz Neues ist, auch so im Gebiet Weimar, glaube ich. Also es ist ja nicht nur reiner Hip-Hop, sondern mit Jazz-Elementen und Funk und Pop auch, wollen wir uns gehen. Rock, rock, netten. Also es ist schon, glaube ich, ein vielfältiges Angebot. Also meint ihr, dass ihr der Weimarer Gesellschaft was Neues bringt? Was es so noch nicht gibt? Also zumindest in Weimar gibt es sowas nicht. Also so eine Live-Hip-Hop-Band, also das ist schon recht neu. Der Sound, den wir machen, ist eh einzigartig, das ist ja klar. Also wir haben da schon Feedback gekriegt von Rentnern, von Politikern, von allen möglichen Leuten, denen das gefällt. Und das regt uns natürlich an, das noch weiter zu treiben. Wir machen wirklich Musik, die uns gefällt und die eigentlich jedem gefallen soll. Also wir wollen jetzt nicht irgendeiner Gruppe speziell gefallen. Also um Gottes Willen. Aber wir haben auch immer, wir haben bei vielen Konzerten mit Rockbands zusammen gespielt bis jetzt und auch von zum Teil härtesten Rock- und Metal-Fans irgendwie dann doch irgendwie zumindest ein anerkennendes Nicken bekommen. Und ja, das ist natürlich dann auch irgendwie nochmal was anderes. Wenn man dann wirklich im Grunde eigentlich jemandem ja irgendwie was gegeben hat für den Abend zumindest, was man eigentlich nicht erwartet hätte oder was der nicht erwartet hätte. Der hätte vielleicht gedacht, Hip-Hop, da gehe ich direkt raus. Hat sich's kurz angehört und fand's dann doch ganz gut. Es ist einfach auch so, dass die Leute merken, das ist einfach handgemachte Musik, die von Herzen auch kommt. Und das wird auch einfach honoriert. Das gefällt den Leuten auch. Egal, ob sie jetzt Hip-Hop mögen, das muss gar nicht unbedingt ein ausschlaggebender Punkt sein. Ja. Und das ist auch noch ein bisschen weg von diesen ganzen, eine bestimmte Personengruppe anzielen, da wir jetzt einfach mal nicht immer gegen irgendetwas singen, sondern das ist, die Themen sind direkt aus, entweder ist es direkt aus Itzes Leben gegriffen oder es sind halt wirklich echte Texte, die jetzt nicht immer nur irgendwelche Gruppen ansprechen, die nicht dazugehören, sondern das ist halt für etwas singen und nicht gegen etwas. Und das ist sicherlich auch ein Konzept, was noch nicht so oft vertreten ist. Und was würdest du sagen, für was ihr singt? Ich würde schon sagen, dass wir, also da ich die Texte ja schreibe, ich hab das so ein bisschen im Überblick. Also ich würde schon sagen, dass es da vor allem darum geht, Toleranz anzuregen. Denkst du, dass ihr auch eine gewisse Verantwortung habt als Band? Unbedingt. Ja klar. Die Leute, die uns jetzt, die irgendwann mal unser Album kaufen, wenn es dann mal draußen ist, also wenn wir denen jetzt schlechte Sachen mitgeben würden, jetzt, wenn wir jetzt Gewalt propagieren würden oder Frauenfeindlichkeit oder irgendwas, dann wäre das verantwortungslos. Ja, dann bedanke ich mich fürs Interview und bis bald. Ja, kein Problem. Dankeschön. Ich bin Paula von Studio Bauhaus. Ich möchte wissen, etwas noch von euch. Wie nehmt ihr an der Gesellschaft von Weimar teil? Wie nehmen wir teil? Ich bin Student zum Beispiel. Ich bin in einem Verein Mitglied, der heißt Color Violence. Also wir sprühen Graffiti zum Beispiel. Ich bin Bürger der Stadt. Ich bin hier geboren. Ich bin quasi ein Eingeborener und ich mag diese Stadt. Das heißt, ich möchte sie auch dementsprechend repräsentieren. Also ich denke auch, dass Musik gerade die größte Bedeutung hat in meinem Leben. Also dass wirklich das Wichtigste die Musik ist, auch wenn das Studium natürlich auch eine große Rolle spielt. Aber ich denke, die Musik ist auf jeden Fall unsere Hauptaufgabe, wie wir uns in die Gesellschaft einbringen als Band, weil wir einfach dann der Gesellschaft im Entweder was mitgeben über unsere Musik. So. Und du, Martin? Ja, ich bin quasi Zugezogener und besetze hier jetzt seit neuestem auch die Universität. Machen wir das gleiche wie Carsten. Wir studieren Mediendesign hier. Ja, wir besetzen sämtliche Sportvereine noch neben dieser Band, sind noch in anderen musikalischen Projekten. Okay. Vielen, vielen Dank und ähm. Wir sind hier, um euch mit ein bisschen Musik zu unterhalten. Okay. Seht ihr denn auch so? Jo. Jo. Und Schnitt. Striebe dich. Ja, ja, ja. AAAAAAAH! Ich komme zum Beispiel raus. Okay.